Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch in den epischen Herausforderungen. Woche 8, Fortnite 2, 7, 6. In dieser Phase 1 von 4 müssen wir Fachbücher in Holy Hages und Pleasant Park sammeln. So etwas ähnliches gab es ja schon mal, da mussten wir Kochbücher sammeln. Dann schauen wir mal. So, ich hoffe, ich kann noch einigermaßen spielen. Aktuell sind die Fortnite-Server scheinbar wegen Dreamhack schwer überlastet. Ich hatte vorher versucht, Dreamhack zu spielen, das ging gar nicht. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich hatte mir Livestreams auf Twitch angesehen und selbst die richtigen Pros meckern über die aktuelle Serversituation bei Fortnite. Ich werde es doch riskieren hier, diese Bücher, die wir einsammeln müssen, bei Holy Hages einzusammeln. Und wenn das nichts wird, dann lasse ich das für heute. Ich habe auch komischerweise extreme Frame-Grobs. Normalerweise dürfte das nicht mit überlasteten Servern zu tun haben, aber irgendwie ist es so. Auch die Bewegung hier von meinem Skin, die sind nicht so, wie ich sie absetze. Also ich würde sagen, es ist das Gefühl, es ist so eine Sekunde, halbe Sekunde Verzögerung, drückt den Tast und dann passiert was. Das ist natürlich bei Dreamhack oder bei Wettkämpfen äußerst schlecht. Wenn das so ist. So, sind hier ein Gegner? Nicht so viele gelandet, Gott. Ehrlich Buch, ist perfekt. Nummer 1, mitgenommen. Um dann auch mit hier das Dingelchen, das Haus zu gehen hier. Hier noch Bücher da rumliegen, so, Oma. Die haben hier ein paar Buch, perfekt. Dann nehmen wir das doch mal mit hier. Nichts, nicht weg. Hey! Das ist hier so eine perfekte Bezögerung. Mann! Buch eingesammelt. Das könnte ich natürlich noch, unter dem aus war ich auch, dass auch nichts drin. Das heißt, es bleibt ja theoretisch nur noch diese Bude hier übrig. So, gucken, ob da noch kocht. Also, kocht. Ja, perfekt. Das wird Buch Nummer 4 gewesen sein. Oh, ich meine, Metz habe ich. Toll! So, dann muss ich tatsächlich nochmal nach Hause her, tschüss. Ich finde, das fünfte Fachbuch nicht. Also, was ich mir vorstellen könnte, das... Ja, da ist es. Perfekt. Fachbuch Nummer 5. Hat vor allem, letztes Mal, nicht richtig gekloppt. Na, was... Was packt hier, irgendwas klemmt, ja? Hier ist ein Fachbuch, oder? Vielleicht was blau. Jo. Der erste Fachbuch. Das sagt, perfekt. Das scheint aber gut versteckt zu sein. Fachbücher. Wo ist das Haus mit dem Keller? Doch da. Perfekt. So. So. Wir haben noch ein Buch. Das gibt es doch nicht. Irgendwie... Entweder bin ich beim letzten Runde daneben gerannt. Und ich habe alle Häuser durchsucht. Aber ein Haus nicht richtig. Und ein Fachbuch fehlt noch. Und zwar das Haus neben Johnnessy. Da bin ich zweimal durchgerannt und habe nichts gesehen. Aber alle anderen Häuser habe ich richtig durchsucht. Und in zwei bin ich auch fündig geworden. In den beiden ersten hier befinden sich zwei Fachbücher. Also in dem vorderen kleinen grün. Und in dem großen weißen dahinter. Und das einzige Haus, was ich nicht richtig durchsucht habe, ist das da. Neben Johnnessys Haus. Also das riskiere ich jetzt. Liegt auch gleich unten rein. Da oben sehe ich nichts blaues. Nö, nö, nö. Da rein schnell. Da liegt es. Habe ich ja nicht gesehen. Ich bin blind gewesen. Mal jetzt mal. Perfekt. Das letzte Fachbuch. Ich sage dann mal danke fürs Zusehen. Und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.